Hallo nur der Bobby fehlt wer möchte was machen mir egal ich kann Team gehen, ich kann bauen mir auch egal mir ist mir ist eigentlich auch egal was ist für die Aufnahme der Böse, ich weiß nicht, das ist mir echt egal ich nehme halt heute sowieso ohne Facecam auf und werde ein bisschen weniger reden eben wegen Kopfscherzen ja es geht halt nicht anders grad wenn da wir sollten direkt eigentlich loslegen ich hab 113 feilig wird ja mir ist eigentlich egal was ich mache so raus kommst du mit mir auf Team Churps ja wenn du Team gehen willst schnapp mal aus die Saber, dann lass sofort los ja ich würde mit Team gehen jetzt ja oder ich gehe in der Zeit aus ihr holt welche ja wir würden jetzt Rexe holen oder wenn der Adrian fang jetzt mal an für jeden Tribe eine Trophy zu verteilen ich werde im Godmode zu euch corden wenn ein Tribe schon Turrets haben sollte soll er es mir bitte jetzt schreiben da sonst eine Menge Munition drauf gehen wird vielleicht schreiben die haben? ja oder ich schreibs grad schon sieh mal ich hau seit hier in den Säbelzahn rein brauchst du noch Fleisch? meine hat genug so können wir los ne passt schon spring einfach mit dem Säbelzahn jetzt ich bin schon mal runter gehübt ich bin schon mal zu spät wir müssen jetzt noch Turrets schnell bauen oder wir bauen wir haben jetzt Raketen ha ein Rexe das ging schnell Level wird mir einfach nicht angezeigt zeig dir dir das Level an 5 ich hab ja ich hab kein oder ist das das Agentar ist Level ich hab kein Glas dabei der ist Level 105 direkt direkt von der Base sofort Nimm mit? Ja, komm, draufballern! Haben wir noch ein paar Narkosemittel? Rausballern! Jo, bin dabei! Wir hatten also blöd die Mörser zugeschossen! Schlag, schlags, 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 Mensch, keine Ahnung! Was die ganzen Mörter zugeballert? Quatsch, wo wollen wir die Brutbutter-Dingens hinsetzen können wir eigentlich nur mitten rein, ne? Ja, da würd ich einfach mit... Ach, müssen wir die Aufstellung? Ich dachte, wir können sie den Tresor auspflanzen! Dann stellen wir sie mitten in die Ways! Liegt, liegt, liegt! Nein. Nice. Hä? Ah ne, stimmt. Ne, der liegt noch nicht. Leut. Nice. Jetzt ist er down. Mal gucken, was die Werte so sind. Willst du dich um den kümmern? Ich gehe Teile machen. 4400 Leben. 130 Millilie. Der ist übel scheiße, oder? Ja. Ja, besser als gar nichts. Hallo Black Mumbarts. Alter, sind der für Körper? Athletisch. Wisch ganz schön ne sexy Socke. Wie ist es? Ach gut, gut. Und dann? Ja. Vorsicht. Es ist halt ein bisschen langweilig für die anderen Tribes, wenn wir gewinnen die ganze Zeit. Ich hab hier was für dich dabei. Zehn Raketenwerfer Mastercraft. Die ultimativen Hex. Jo. Nice. Wird sofort aufgestellt. In dem Sinne. Mal gucken, wer noch da ist. Jo. Euch zuerst. Haken gehen. Haha. Nice, als ob er einfach ne Liste gemacht hat, sogar um die zu verteilen. Danke, auf jeden Fall dafür auch dran. Danke dafür, Elblali. Genau. Deckt übrigens bei mir. Bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Aber ich seh's, dass bei dir es bleibt. Alter, Flo, wenn sogar bei mir nicht schlecht, also was weiß, Flo. Ja, ey, was und die kanne Zugriff von euch auch. Sehr gut. Du weißt genau, dass man die U-Banleitung hat. Ey, ich schwör, Alter. Bambusleitung des Jahrtausends. Haben wir noch irgendwo Pfeile? Ne, ne? Ey, jo, ey. Ähm. Großes Beet hier, abreißen. Leute, wir haben hier einfach in der Truhe noch 51 Narkotex und 250 Giftpfeile. Ja, hier bei dem Außenlager in der rechten Truhe. Da können wir direkt eigentlich weiter Rexzähl mitgehen, ne? Jo, aber ich muss zuerst meinen Crossbow reparieren. Ja, ich habe jetzt auch mal zwei mitgenommen. Jo, ich nehme, glaub ich, auch noch einen zweiten mit. Black Mamba, Adrie. Schwarze Penis. Adrie. Schwarze Penis. Adrie. Schwarze Penis. Oh, hier kommen Kinder zu. Also, Turret Munition läuft jetzt übelst durch. Er ist doch nice. Jo, da ist ein Rex. Andere Flussseite. Level... Hahaha. Als ob. Wie geil ist das denn? Nur warum schwimmt der gerade? Wisst ihr, was witzig ist? Ihr habt ein Weibchen getemmt und oben steht ein Männchen. Ja, und das ist auch ein... Ja, gut, ja. Dann ist das blöd. Das hier ist auch ein Männchen. Ja, aber wir haben dort ein Männchen und Weibchen. Das können wir schon mal Eier-safe machen. Wisst ihr bei, ja? Ja, Männchen, dann gehen wir besser, glaub ich. Da vorne ist noch einer. Hast du uns mehr Glas? Ja, ich schieß schon drauf. Level 40 und... Den kann ich den Rex, da kann ich mich nicht sehen. Wir müssten den hier nur vom Wasser weglocken, dass der uns nicht ertrinkt, wenn wir ihn haben. Flo, go, den Nachrichten. Ich hab den gleichen Fehler wie letztes Mal. Ja, äh, letztes Mal. 125er Rex. Männchen, Weibchen. Female. Nice. Wo bist du? Ist das der, der schwimmt? Jo, der da vorne. Der da vorne. Aber wir müssen an das Vino vorbei. Heute ist es bis jetzt gut aus mit dem Thema. Ist der im Wasser? Äh, das ist der da hinten. Ja, der kämpft. Aber wir müssen an das Vino vorbei. Ich seh den gar nicht. Ach so. Der Rex wird mir nicht angezeigt. Und der Mörder zum Pestel, Markus, mach Wunder zum Ende. Gehen wir mal rüber, Schatz. Doch, da, ja. Jo. Ich bin schon. Achtung, da rechts ist das Vino. Ja, oh, das passt. Ah, da oben im Wald ist 125er Rex. Ne, hier unten. Ja, hier oben ist noch einer, Simon, dann. Ja, auch mit. Ja, ich hab keine Pfeile dafür, aber da oben. Wohin locken wir den? Ja, ich weiß nicht. Hier ist halt richtig scheiße, ne? Ja, nach hier hinten ist besser. Nach hier hinten ist besser. Jo. Wir sind auf die andere Flussseite. Ja, Simon, du weißt ja, wo ich gerade hingerannt bin, ne? Nicht in Sumpf, sondern links hoch. Der hängt in den Bäumen fest. Das ist ein 125er Weibchen. Noch einer. Okay, nice. Ey, ich muss eh grad warten, bis der Tag wird, was uns geht nach den Sumpf rein. Alter, sie haben eine Übel geil zum Teilen. Ja, er steht einfach nur an der Wand und dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Auf der Stelle. Vor allem er hat er auf den Terrorbrot. Ja, stimmt, meinte ich. Bro. Rex 145 und Rex 135. Haben Bluebrand für ne blauer Longneck. Nice. Oder heute ist unser Tor. Komm schon. Das ist aber ich grad so. Alter, Schatz, komm mal kurz. Was, warum? Ich bin im Schnee, wieder heute runter unterwegs. Und 145 Rex. Oh, ich kann grad... Wo? Da, wo wir grad getankt haben oder was? Komm mal zurück zu unserem Teamplatz. Aber ich hab nur noch 66 Pfeile. Ja, ich hab 90. Ja, das reicht. Also für einen reicht. Ja. Sollen wir aber zuerst den 145er sichern? Ja, klar. Welches Geschlecht hat der? Komm mal... Ne, warte, ich guck mal. Einfach wenn du von unserem Teamplatz Richtung Sumpf gehst, der ist dann rechts dem Strand entlang. Dann ist der über den Fluss. Wo ist er überhaupt? Dann ist der über den Fluss. Und die kämpfen gerade gegen den Bronto. Der Bronto ist auch 135, Alter. Und der Rex ist weit weg? Äh, nicht. Nicht so. Äh, ist er schon. Okay, der eine Rex ist verreckt. Der 135er ist verreckt. Ja, ich seh es. Der Bronto da. Ah, ne, ne, ist er nicht. Ist er nicht. Ist er nicht. Alter wird... Das Prime von Bronto wäre schon nice, jetzt. Ja, weil hier unten ist ein Spieler verreckt. Der links... Der links ist der 145er. Der Bronto hat noch 1000 Leben. Und wir einfach von Biss in Bronto. Ab elf Stück reicht. Ich renne zum anderen wegschnell. Ist das die... Die Fliegen, ey. Ist das die blauen oder die grünen? Die Rüden? Ne, das ist gut. Aber ein bisschen beieinander jetzt direkt, Alter. Schaffst du das kurz allein? Ja, ja. Passt schon. Oh, mich hat... Jax, was wir machen könnten, beide einsperren. Mit Dino Gates. Der eine... Der eine lockt. Und dann könnten wir halt Pfeile für beide holen, weil ich würde schon beide holen. Ja, oder ich flitz einfach jetzt auch noch schnell zur Base hoch. Ja, und dann hätten wir halt beide fix. Dann könnten wir auch drauf schießen, ohne dass er uns trifft und so. Alex, ja, ich bin eingepennt. Halbes Leben. Aber es droppt. Der Alex ist fertig. Ja, ich werde sterben. Soll ich den erst zur Base bringen oder wollen wir erst tame? Ne, ich würde tame. Du hast keine Chance im Dschungel, oder? Dann lasse ich den einfach genau hier stehen. Auf neutral. Ja, genau. Ja, Schnuri wird sterben. Ich habe ein Gate. Ich habe zwei Gates jetzt. Nice, wir brauchen acht Stück. Ich habe ein Gate. Ich weiß, wo ich ungefähr gewesen bin. Das sind halt die Scheiß-Karten, wo du hast keine Chance gegen die. Jax, Adrien hat geschrieben, wo es passiert, wenn einer die Trophy verliert. Ist man raus, oder? Raus. Ja, ich war mal hier für den ersten. Hier ist ein Spieler, jetzt ein Spieler bei mir. Ich habe mich gebohlert. Ich komme zurück, ich komme, ich komme. Der hat eine Rakete draufgegangen. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Auf einem Terrorbird. Ah, wahrscheinlich der Marquis ist noch irgendwas, der ist nicht am Schneegebiet begegnet. Der kommt zu mir, der kommt wieder zu mir, der kommt wieder zu mir. Aufpasst, dass ich mir beide umbringen würde, bitte. Ja, ich habe gebrochene Knochen. Ich habe gebrochene Knochen. Ich habe gebrochene Knochen. Ich habe ihn, ich habe ihn gebrochert, ich habe ihn gebrochert. Kommt hier aus, Alter, wie krass war der Roof denn? Ich bin gleich wieder frei. Ja, er steht in seinem Viech drin. Er steht in seinem Viech drin, okay? Ja, er hat sich, er hat es entbohlen. Versuchst du zu betäubeln? Wo ist er? Wo ist der? Keine Ahnung. Weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich fast... Hier, hier, hier hinten. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Ich bin zu schwer, Alter, Ernsthaft. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Dann schmeiß irgendwas raus mit Gewicht einfach. Warte. Ey, jetzt hau noch Kampus. Ah, Mann. Dreckst, Scheiße. Wir haben halt auch keine Sniper, ne? Äh. Aber schon. Die schon, die schon. Wir hatten allgemein keine Waffen dabei. Adrian hat gefragt, Sharks darf die Trophäe auch in einer Safe... Was? Auch in einem Safe in der Base sein? Nein. Ja. Da ist er wieder. Ja, der hat eine Sniper, Digga. Passt ein bisschen auf. Ja, und mit einem... Äh. Der hat einen Raketenwurf auch. Warte mal. Ja, ich mach mal. Wir können jetzt halt niemals hier die Rechse zähmen, ne? Ne, ne. Der will sie halt auch. Verlock ich nicht. Verlock ich nicht. Verlock ich nicht. Ne, das machen wir nicht. Wir verfolgen ihn so lang. Willst du mich jetzt verarschen? Willst du mich grad verarschen? Ja, er verbließt sich, glaub ich. Nein. Kommt doch safe wieder gleich. Ne? Oh, Achtung, die Rechse kommt. Ein seltser prügelt sich immer noch im Sumpf. Ja, der ist jetzt von mir. Das leidet jetzt von mir. Ja, ich geh in Tonnstein. Ja, ich auch. Wo ist das? Willst du erklären? Ja, brauchst, glaub ich, nicht hierhin kommen. Ja. Ja, aber sonst hätte ich mit dem Raketenwerfer schnell vorbei gemacht und dass er den wegkommt. Nee, das schaffst du nicht. Das ist jetzt auch noch jemand mit nem Frosch. Rechts auf der kleineren Insel. Okay. Also im Floh, das wird sich nicht lohnen. Und ein Alpharaptor ist hier auch. Yeah. Achso. Jo, da, dann das. Heute ist unser Tag. Ja, aber. Allein mal da drüben. Das Floh, da muss ich mal nach links schwimmen. Aber wo ist der Typ? Mit dem... Denn im Tellerberg ist links, der will uns jetzt umlaufen. Ja. Wie es aussieht. Ey, den Rand der Säder, der hat auch in meiner. Ich hab keine mehr. Also zwar üblich, ne, weiter. Das ist alles. Du verlierst, stirbst im Sumpf. Rennst nackig durch. Ja, denn mit dem Frosch müsste auch irgendwo noch sein. Ja. Ja, da vorne ist er. Beim Rex. Nein. Ja, der will den wegkiten. Komm, komm, dem Frosch hinterher. Lass den nicht den Rex wegkiten. Ich glaub, ich seh mein selbe Zahn. Schön drauf. Drauf, 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 drauf. Der hängt, der hängt, der hängt. Und der Terabird. Der Terabird will wohl an. Aber solange ich hinter ihm bin, kann er das nicht. Okay. Oder wir killen die Rexe. Der ist halt im Wasser viel schneller. Entweder fighten wir hier jetzt noch ewig lang, oder wir killen die. Weißt du, wie ich mein? Jetzt sag mich auch noch Dinger. Wir können halt jetzt nicht uns eine halbe Stunde Kampf jetzt hier liefern. und das ist verschwendliche Zeit. Aber wir können den auch nicht einfach so dir ein Rex überlassen. Ah, ja. Ja, ein Rex von so fast 17 kann leben. Du siehst mich grad eigentlich nur noch um den Stein rennen. Da ist der Terrorbird. Ja, ja, wollen sie. Die wollen wahrscheinlich die Rex auch haben. Ja. Ja, safe, der mir versucht, den wegzulocken. Oh, ich seh nur noch den Froschtyp. Der Terrorbird ist hinter mir irgendwo gewesen. Okay, ich seh beide, aber hier sind übel viele Piranhas, also. Oh, das wird knapp, also. Oh mein Gott, wie viele Piranhas hinter mir sind. Sieh mal, wollen wir mal Position tauschen? Ich schwimm durch den Sumpfnackig. Äh, passt schon. Auf Mission rette mein Sabbel. Was machen wir, wo ist denn der andere Rex? Wo ist denn der andere Rex? Was? Ja, der Typ, alter will mit seinem Terrorbird auf meinen Saber einhacken, alter. Gehst du dich? Ich such den anderen Rex mal, weil der ist auch. Ja, die sind beide hier. Dann längst du einfach ab. Also ich muss echt mehr Ausdauerskilln. Boah, Digga. Wo ist denn der andere Rex, der ist auf der anderen Flussseite ein Stück weg, aber das finden die auch. Jo, ist das der 145er oder? Ich weiß nicht. Ja, der will Bohlen an, der will Bohlen an. Alter, ist das jetzt ein Witz? Ja, ich hab noch leider keine Bohlen mehr. Das ist doch jetzt so ein schlechter Witz, oder? Ich kann's nicht sehen, mit Level wird mir wieder nicht angezeigt. Was für eine Scheiße. Du musst ein bisschen unten bei den, äh, Füßen. Das ist ein Witz, oder? 135er ist es. Könnte man auch machen, ne? Ich wechsle mal die Seite. Ohne Probleme. Bin ich einen Meter im Schneegebich, bin ich durch den Wolf tot. Vom 10er gewonnen hätte noch GG. Hast du wohl, siehst du die beiden Spieler? Ja, ja. Wo bist du mit denen gerade? Ja, ja. Äh, immer noch am gleichen Nord. Wo ist der Rex jetzt hin? Hier. Braucht so viele Stenberries. Boah, der ist ultimativ hier in dieser Ritze. Aber da kann ich den nicht zähmen. Soll ich versuchen, den... Kannst du mit denen ein bisschen wegrennen, sozusagen? So dass ich den Rex hier... Da ist er. Der eine mit dem Frosch habe ich ein paar mal gehittet. Der ist über den Fluss wieder. Ja, fuck dann nicht. Und der mit dem Terrorvert weiß ich nicht, wo der ist. Da ist der mit der... Der ist bei der Ruine da. Der Schlimmste, finde ich, ist das blaue... Äh, Longneck Blueprint ist weg. Ja, der Rex hängt sich, glaube ich, fest. Hier ist noch einer mit dem Saber. Der Rex hängt fest. Ja, das wären jetzt zu viele oder... Wird zu viel, blöd. Guck mal, haben die den Rex denn überhaupt noch im Blick? Ja, 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 ja. Ja, der Terrorvert-Typ ist wieder hinter mir und will mich bohlen. Der andere Typ kommt mir entgegen. Anni, das bist du. Ja, der mit dem Terrorvert will uns bohlen. Jo. Wester Typ. Solange du hinter ihm herläufst, kann er dich nicht bohlen. Äh, der läuft gerade wieder zurück. Ja, 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 ja. Ich muss kurz dann immer. Pass auf, und du bist gebohlert. Ja, komm. Das war dämlich. Hau drauf. Jo. Ich probiere, die Bohler zu re-moven. Bohler ist re-moved. Sehr schön. Ja, es geht aber... Dann mach, du bist in Passiv. Du bist einfach Passiv. Jo, hab ihn. Hier ist das Boot. Jetzt muss ich's da mit ner Pause machen. Oh, jetzt hat er mich gebohlert. Beziehungsweise mein Saber. Und jetzt sind hier auch noch, äh, Kompis. Ich schieße mal mit Betäubungsfallen. Kompis betäubt mich schnell. Lol, getroffen, aber es hat nicht gezählt. G, G. Ja, mein Saber kann ruhig. Ich muss den deutschen Sharks. Bei Ark gibt's keine Logik. Ja, das stimmt. Ich geh mal wieder, wenn der gleich entbowlert ist, auf den Saber. Alter. Was mit dem Bohlers ist so scheiße, man. Alter, wie lange überlebt denn mein Wolf... Äh, mein Servus hat immer noch. Ist ja krass. Ja, aber der macht mir gar keinen Schaden hier, der Terrorbird. Ja. Der Terrorbird ist in PvP auch ein Wehzalter. Ja, in der Zeit zähmen die halt grad den Rex, ne, oder? Locken den weg. Ich werd mal gucken, wo die sind. Dann werden dann betäubt. Seht einfach mal mit der Armbots draufschießen. Äh, ja. Ich leckte den Snacken. Der Typ ist immer noch hinter dir. Hier wurden Sachen gedroht, das heißt, die sind hier irgendwo. Wo ihr geklappt habt. Der ist fertig. Ja, dann. Wir können eigentlich den Rex holen. Ja, dann bring du den mal nach Hause, ich such die noch. Rex, Fritz, Fritz hat ihn zu den Raketen. Ne, ich seh den Typen immer noch hier, mit dem Rex. Er sagt, du hast den Rex gefunden. Ja, ja, hier sind drei, alle drei Typen. Das ist ein Witz, oder? Zähmen die denn jetzt? Ich sag's dir wieder nicht wohl fest. Ja, jetzt kommt noch einer mit nem Karno. Ja, hab ich gesehen. Und hier ist der mit dem, mit der Bola. Ja. Ja, hinter mir war auch ein Typ mit nem Saber und der Bola. Alter. Ne, oder? Fuck, alter, bitte. Ist der tot? Nee, nee, aber... Uah, Alpha Raptor! Hier ist der Saber. Tschüss. Und der Frosch. Okay, das ist aber ganz gut, wir sind grad nur zu zweit. Bring du den Rex zurück. Dann lenke ich die alleine zu viert ab. Das ist... Das ist mega gut, der Trade. Weil die machen... Die sind zu viert jetzt quasi beschäftigt. Und wir... Nicht. Äh...